Perfect Days. Das Land der aufgehenden Sonne. Das sind Manga, Anime, Videospiele, aber auch eine zigtausende Jahre alte Kultur und unfassbar leckeres Essen. Von dieser Faszination lassen sich gerne auch mal westliche Filmemacher inspirieren, jüngst auch Regielegende Wim Wenders. Ob Perfect Days einen Blick wert ist, erfahrt ihr in unserer Review. Die Handlung von Perfect Days. Hirayama ist eigentlich schon im Spätherbst seines Daseins angekommen und könnte sich eigentlich ein ruhiges und entspanntes Leben als Rentner machen. Dennoch steht er jeden Morgen auf, kümmert sich liebevoll um seine Setzlinge und geht anschließend seinem Beruf als Toilettenreiniger in Tokio nach. Die japanische Metropole und ihre Einwohnerinnen sorgen dabei für allerlei interessante Begegnungen, die Hirayama mit der Zeit macht. So hilft er mal einem verloren gegangenen Kind, mal unterbricht er seine Arbeit und lässt seine Kundinnen dem dringlichen Geschäft nachgehen. Hin und wieder bittet auch mal einen Tourist um Hilfe bei der Handhabung der Toilette. Dabei muss er aber leider feststellen, dass er für einen Großteil der Gesellschaft so gut wie unsichtbar ist. Oft straft man ihn mit Ignoranz oder Schweigen ab. Auch der Kollege Takashi passt nicht ganz zu Hirayamas stillem Wesen. Ständig benotet er Menschen und Geschehnisse in seinem Umfeld auf einer Skala von 1 bis 10. Außerdem nennt er es mit der Arbeit nicht so genau wie unsere schweigsame Hauptfigur. Trotz all dieser kleinen Störfeuer führt Hirayama aber ein bequemes Leben mit festen Abläufen und Ritualen. Und so macht er aus jedem Arbeitstag den perfekten Tag. Tour de Toilette Wim Wenders kann im stolzen Alter von beinahe 80 Jahren auf eine lange und bewegte Karriere zurückblicken. Dutzende Filme und Kurzfilme und zahlreiche Preise und Ehrungen für sein Werk sprechen definitiv für sich. Schon in den 1980er Jahren reiste er für seinen Film Tokio Gar in das Land der aufgehenden Sonne und begab sich dort auf die Spuren des Regiemeisters Yasujiro Utsu. Auch danach fand man immer wieder japanische Spuren in seinen Werken und somit ist sein neuer Film, Perfect Days, eigentlich nur die logische Weiterentwicklung. Zusammen mit dem Drehbuchautor Takuma Tagasaki, der bei Perfect Days auch als Produzent fungiert, entstand nun also dieses entschleunigte Porträt eines japanischen Toilettenreinigers in einem der größten Ballungszentren der Welt. Und auch wenn die Schauspielerinnen einen guten Job machen, ist der große Star doch ganz klar Tokio. In vielen Bildern zelebriert Wenders die Eigenheiten der japanischen Metropole, lässt besonders häufig den Skytree, das moderne Wahrzeichen der Stadt, in all seinen Facetten scheinen. Doch auch die unzähligen Getränkeautomaten an den Straßenrennern oder das ikonische Piepen der Ampelanlagen erzeugen sofortiges Fernweh, sofern man schon mal einen Aufenthalt in Tokio genießen konnte. Natürlich müssen hier auch die sagenhaften Toiletten von Perfect Days genannt werden. Japanerinnen pflegen ja sowieso schon ein inniges Verhältnis zu dem stillen Örtchen. Anders lassen sich Hightech-Klos mit beheiztem Toilettensitz oder zahlreichen Düsen und Spülmöglichkeiten nicht erklären. Aber die Eleganz der hier gezeigten öffentlichen Toiletten ist wirklich konkurrenzlos. Ein Highlight ist die Glasfront eines bestimmten Klohäuschens, welches beim Verschließen plötzlich milchig und somit nicht mehr durchsichtig ist. Technik, die begeistert. Tokio ist nicht der einzige Star. Aber natürlich muss man auch den Cast aus Fleisch und Blut von Perfect Days lobend erwähnen. Angefangen bei der großartigen Leistung von Hauptdarsteller Koji Yakusho, den man hierzulande vor allem durch japanische Produktionen wie Tampopo oder The World of Kanako kennen könnte. Aber auch international konnte er schon einiges an Erfahrung sammeln und war unter anderem in Babel und die Geisha auf der großen Leinwand zu sehen. Ebenso sind die Nebenrollen toll besetzt und machen einen guten Job. Besonders stechen hier die beiden Darstellerinnen Ariza Nakano in der Rolle der Nichte Nico und Aoi Yamada aus Love Interest des Arbeitskollegen heraus. Der Kontakt mit beiden unterstreicht auch noch einmal die Charakterzüge unserer Hauptfigur. Denn während Hirayama von der altmodischen Sorte ist, noch Musik von alten Tapes in seinem Kleinlaster abspielt und sich lieber einem Buch statt irgendeiner anderen Unterhaltungsform widmet, zeigen sich die Jungspunde begeistert von der analogen Technologie einer Musikkassette und erstaunen Hirayama immer wieder mit den digitalen Erhungenschaften der Moderne. So fragt Nico in einer Szene, ob es die Musik von Hirayamas MC auch bei Spotify gebe, er aber nicht weiß, was sie damit meint und dies mit einem verdutzten Gesichtsausdruck quittiert. Immerhin haben die beiden am Ende doch noch eine Gemeinsamkeit, das analoge Fotografieren. Und damit wird ein, sich thematisch anbahnender Generationskonflikt doch noch persönlich abgewendet. Dass auch andere von der schauspielerischen Leistung von Perfect Days begeistert sind, zeigt die Prämierung in Cannes. Dort gewann Hauptdarsteller Koji Yakusho den Preis für den besten Darsteller. Eine noch größere Ehre ist da wohl nur die Ernennung als japanischer Beitrag für das Oscar-Rennen um den besten ausländischen Film. Wir drücken Perfect Days und Wim Wenders schon mal die Daumen. Unser Fazit zu Perfect Days. Perfect Days ist ein ruhiger, beinahe meditativer Film über einen Mann, der Bescheidenheit an erster Stelle stehen hat. Dabei ist seine Geschichte angenehm unaufgeregt und wird von einem tollen Kass getragen. Doch nicht nur die Schauspielerinnen machen eine gute Arbeit. Vor allem Tokio glänzt als vielfältiger Co-Star. Perfect Days startet am 21. Dezember 2023 in den deutschen Kinos. Unsere Wertung 4 von 5 Toastscheiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.